Pater Hagenkort, Sie waren heute in der Synoden-Aula, als die 13 Berichte vorgestellt wurden, die Zusammenfassungen der ersten Woche. Wie ist Ihr Eindruck, was ist Ihre Analyse der Berichte? Also erstens, die haben alle hart gearbeitet. Da steckt sehr viel Arbeit drin. Es steckt auch sehr viel Reflexion drin. Ich war erstaunt. Das ist jetzt meine fünfte Synode und das ist jetzt wirklich, wie vielleicht die im letzten Jahr auch schon, aber das ist schon wirklich sehr tiefgehend, das Ganze. Und was man merkt, ist, dass die Rückmeldungen auf zwei Ebenen kommen. Da geht es um eine Familie, also was wollen wir eigentlich über Familie sagen oder nicht sagen. Andererseits geht es aber auch darum, wie reden wir eigentlich darüber. Also kulturelle Fragen, Fragen von Übersetzung. Wie kommt eigentlich das Dokument zustande? Also auch methodische Fragen, die ja auch inhaltliche Fragen letztlich sind. Also sehr viele Rückmeldungen auch dazu. Und mir hat das sehr gut gefallen. Wenn die nächsten beiden Runden in dem Spiel auch so ausgehen, dann gibt es sehr, sehr viel Material, das dann eingearbeitet werden muss. Finden sich denn in den Berichten auch schon konkrete Vorschläge für Ergänzungen des Textes oder oder auch Kürzungen? Nein, selber noch nicht. Das ist ja quasi nur eine Vorstellung, wie gearbeitet wurde. Gleichzeitig haben diese Kleingruppen ja sogenannte Modi abgegeben. Es gibt Kleingruppen, die haben fünf abgegeben und es gibt Kleingruppen, die haben 64 abgegeben. Also was dann geändert werden soll. Deren Vorschläge bitte lieber so oder das weg oder das mehr oder so. Oder lieber nicht nur von Witwinnen, sondern von Witwinnen und Witwern sprechen. Solche Sachen sind jeweils ein Änderungsvorschlag. Und die werden auf einen großen Stapel gelegt. Dann muss die Redaktionsgruppe die sortieren, was gehört wohin und überlegen, wie machen wir das nun? Einige davon widersprechen sich auch. Also wie geht man damit um? Das ist zum Glück keine Arbeit, die dann 360 Leute machen müssen, sondern nur zehn. Jetzt hatten Sie den großen Vorteil, Sie waren einer der wenigen, die immer wieder auch in unterschiedliche Sprachgruppen reingucken konnten. Was ist Ihnen an der Arbeit in den unterschiedlichen Gruppen aufgefallen? Alle Gruppen mussten sich erstmal herantasten. Die meisten, die deutsche Sprachgruppe ist draußen vor, die meisten kommen ja aus der ganzen Welt, auch mit ganz verschiedenen Arbeitsweisen an und mussten erstmal gucken, wie rede ich hier eigentlich, um gehört zu werden, was kann ich voraussetzen, was muss ich nochmal von vorne anfangen und solche Sachen. Also es war ein bisschen vorsichtiges Tasten, aber das hat sich relativ schnell etabliert und dann ging das, ja, huckizucki, würde ich sagen. Also man hat sich sehr schnell in eine Arbeitsweise zugelegt und in der Regel haben die sehr gute, jeweils die, wo ich drin war, die haben sehr gute Moderatoren gewählt, sodass das auch gut geleitet wurde. Ich meine, so viel haben sie auch nicht getagt, das sind ja zwei volle Tage gewesen. Meiner Erfahrung nach würde ich sagen, das sind gute Arbeitssitzungen gewesen, da wird nicht groß rumgeredet. Da ist auch klar, wir halten uns nicht in einzelnen Worten fest, das wird ja eh alles in italienisch danach übersetzt, von daher sehr gute Arbeitsatmosphäre. Gute Arbeitsatmosphäre heißt aber auch gute Diskussionen. Jetzt war das Thema bisher erstmal eine Analyse der Situation weltweit. Wie erwarten Sie denn, wie gehen die kommenden zwei Wochen weiter und wird da doch auch mehr gestritten werden? Ich glaube, es gibt mehr Diskussionsbedarf in der zweiten und vor allen Dingen in der dritten Woche, aber auch in der ersten gab es schon einige Sachen, da gab es ja auch schon Kritikpunkte. Das Ganze ist viel zu europäisch lastig, von der Perspektive her, wird viel zu sehr vom Westen her gedacht und so weiter und so weiter. Aber Dinge, was machen wir nun konkret? Erstmal so die berühmte Butter bei die Fische Aufforderung, das kommt ja erst in der dritten Woche. Und da kommen ja sicherlich auch die verschiedenen Ansätze, was man darf oder was man nicht darf, wie weit können wir gehen, dürfen wir nicht gehen, erst dann richtig auf den Tisch und dann wird es auch nochmal spannend werden. Aber dann hat man ja schon zwei Runden hinter sich. Das heißt, man weiß schon, wie man arbeitet, weiß, wie man zu Kompromissen kommt. Ich halte das für sehr, sehr gut, dass man nicht mit einem großen Konfliktthema einsteigt, sondern auch erst mal sich einarbeitet und dann weiß, wie es weitergeht. Jetzt beobachten Sie bestimmt auch die Kaffeepausen ganz genau. Da soll ja eigentlich immer das meiste entschieden werden, besprochen werden und auch der Papst tummelt sich unter den Synodenteilnehmern. Was beobachten Sie da? Gut, der Papst wird natürlich auch umlagert von Leuten, die ein Foto und das erste Mal, vor allen Dingen von denen, die nicht dauernd die Chance haben, den Papst zu sehen, also von den Nichtbüchern. Wollen die Kardinäle ein Selfie mit dem Papst? Kein Selfie, aber dann doch fotografiert werden, ist das. Also das ist doch was Besonderes. Es bleibt auch immer was Besonderes, wenn der Papst einfach da steht, eine Tasse Kaffee trinkt und man sich mit dem unterhalten kann. Aber das sind ja immer große Gruppen drumherum. Ansonsten merkt man sehr häufig, dass Leute zusammenstehen, die sonst nicht in der gemeinsamen Gruppe sind, um einfach zu fragen, was habt ihr denn so gemacht? Weil die arbeiten ja schon, ich sag mal, aneinander vorbei. Also die Gruppen wissen ja voneinander nicht, was die andere Gruppe jeweils gemacht hat. Und dann gehen die Leute zu denen, die sie kennen und sagen, was habt ihr denn so gemacht? Oder von dem sie gehört haben? Stimmt das, was da bei euch? Also da passiert schon sehr viel. Raucherpausen hätte man früher gesagt, heute sind es Kaffeepausen. Also da viel informelle Kommunikation, viele kurze Absprachen passieren da. Pater Hagenkord, ganz herzlichen Dank für das Interview und alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Für Woche zwei und drei. Dankeschön.